die wir auch groß genug für uns ja berlin ist nicht groß genug für uns berlin ist nicht groß genug für uns zwei flach ohne fallschaden deswegen hängt es auch dafür das große wir können hier das war das weil ich geholfen habe sonst kann ich die dinger schneller das mit dem schleuner recht mit rechts wer hat hier die dickere kugel weiß doch gar nicht was du denn das wirklich nicht bild als keils 2 ist ich habe ja auch geschlossen war super schade nur dass die mein zeitkick war nicht gecheckt hatte bis zum ende fand ich ein bisschen schade bin respawn als vendetta alles gut in respawn als vendetta meine kugeln immer ich habe nicht auf dich geschossen menschen gerade umgebracht und ich habe auch gerade das vendetta da sollen gut job julie war bei louis wirklich zeitgegen hatten wir noch keinen zeit gefunden weil ein zeitgegen wird ja auf jeden fall geschossen haben maxi willst du mich umbringen ja nein was das warum doch einfach erbarmungslos moment 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 wo liegt denn der herr dann gerade noch und dahin immer ganz kurz habe ich habe ich hier sehr schmerzen geschossen ja oder nicht mich davon aus wirklich erwischt da stark ich hatte zwei blau gesehen und dann habe ich gelogen dachte ich so händler dass sie an strike da geht schon wieder durch die fremd ab und youtube und weg und die anderen welche coolen events machen wir auch wir machen bowling event mit allen dass der dart event bist du bist du bist zu laden kommen die krägeln wollte bei louis eingeladen hat gesagt hab ich bock drauf haben wir gesagt julie ist auch da ist er gesagt hat keine zeit nicht mal aber ich meine da du hat gefragt und ich habe wirklich nein gesagt das ist aber aber ich nicht so ich habe bei louis eingeladen die viel zu fein dafür kriege ich dass die kuh und schneller sind auf der bahn auch danke maxi weiß der wenigstens einer der mich unterstützt hier ihr alle ihr vollzeit streamer ja entschuldige knechte ist es du hast einfach mit in die menge geschossen mit einer 3000 ich wurde vergiftet auch gerade gar nicht auf mich okay ja hast du nicht ja schon alles gut ich habe nicht mehr sich wichtig wenn ich verheiratet wurde ja es ist eine unfreiheit und ich habe aber einen chance zieht das kann für auch heute nur wenn man mich anschießt ich wurde vergiftet alles gut ich habe melder von in dem raum ermordet ich habe mich noch mal hier zu nicht dass er was passiert ist ich habe einen auf mich kann ich jetzt hast du einen blink nice also cool also starlood trader leute da los trader oh ja da los trader da los trader oh nein wie kann das sein das war free wollte die nicht auf mich schießen nauli ist hier gestorben es war notwehr ich habe es gesehen kann ich da unten durch blinken denk dran wir haben ein verräter smeggy hier ich habe noch eine waffe von äh klar gefunden eine trader waffe nimm die mit ah der ist vendetta oh da ist katze smeggy hi smeggy smeggy hi smeggy smeggy sterb jetzt smeggy hi smeggy du darfst da nicht durch smeggy ach so der verräter ist hier der verräter ich sehe nix ich habe mal genug hier wo ist denn der verräter ah hier ey die verräter du wirst ja nicht ein zum seite geschießen du schwein der verräter ja ich kann auch nix dafür wenn Mel mich zum Zeitkick schicken. Alles Gute, es ist kein Spaß, aber da muss ich dich in die Miene lenken. Vor allem hatte ich schon auf das Fass neben dir geschossen und ich hatte auch schon einmal auf dich geschossen. Also auf Mel. Ach so. Ich habe genug, bis du den Mel Launcher nochmal in die Hand nimmst. Den Mel Launcher. Ich hatte auch so abgedrückt, weil ich gedacht habe, dass Maxi vielleicht noch irgendwo davor sitzt. Das hätte klappen können, ja, das stimmt. Ich habe Claire im Schraderraum eingespielt. Ich glaube, ich habe alles zu können rausgegeben. Schumel, was ist denn der Aggression? Schumel hat die NPC-Frau gekillt. Das ist der Melon Launcher. Wie heißt die NPC-Frau? Sie hat ja einen Namen. Günther? Jared? Jennifer? Gina? Das ist direkt der Sidekick hier, Claire, auf Julie? Na, ich habe den Arsch geschossen. Maggie hat geschossen, sie ist Half-Life. Da bin ich zu gefährlich, da zu platzieren. Maggie hat geschossen. Ja, das geht gar nichts an. Scheiße, nur die Kiste ist kaputt? Nur die Kiste. Was geht, Maxi? Mit Innocent. Mhm, mhm, okay. Sharktrap. Hello there. Sharktrap? Ich bin tot. Ich hasse meine... Es ist Knecht im Trailerraum. Mit dem Kerzenleuch. Oh, Claire Ballard. Claire Ballard. Ah, in die Decke. Es ist Knecht im Trailerraum. Claire Ballard. Claire Ballard. Ihr allerdings schießt auf mich. Habt ihr schon gehört, dass Claire Ballard? In die Decke. Oh, okay. Claire Ballard in die Decke. Oh, sorry. Wo hast du das, Babo? Der hat den Purs in der Hand. Mel, hör mal auf zu blocken, du. Claire Ballard. Was geht? 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 Gehden, 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 gehden. Au! Hinter dir Mel! Mach ihn nass! Ja! Wie kannst du denn schon wieder da sein? Du hast mich nicht gekillt. Ich hab unendlich Atem. Können wir Knecht jetzt mal umbringen? Juli, nix war jetzt hier. Hab ich! Trenk ich's weg! Dalu ist Wunde. Juli ist es auch! Dalu hast du etwa... Okay, Dalu ist glaub ich tot. Was hat er gesagt? Hallo! Bei Louis ist es auch? War das gerade bei Louis ist es auch? Nein, nein, Juli ist es auch, hat er gesagt. Achso, ah! Das war natürlich ein anderes I. Ja, I, 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 immer nur I. Ja, du hast das... Der meint nicht, der meint dich, der meint Juli. Wir haben Schaden genommen, süß! Ich brauch wirklich einen schnelleren Triggerfinger. Also wenn man sich teleportiert, teleportiert man sich nicht wirklich. Aber du brammelst schon wieder so viel, dass du auch böse bist. Ah, wusste ich doch, du Arsch! Ey, was denn? Hast du mich gerade Arsch genannt? Hast du mich gerade Arsch genannt? Der Böse hier! Er hat mich Arsch genannt. Da weiß ja, was zu tun ist. Der von euch beiden ist jetzt, zeig ich mir der Jackal, nur aus reinem Interesse? Au, 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 au! Oh, das ist leer! Hä? Walu ist auf jeden Fall Zeitgeg oder Jackal? Äh! Er hat es gerade versucht, er hat es versucht, aber es ist Gott sei Dank nur Baloui! Hä, hä, hä! Ich weiß natürlich, Baloui! Alles noch, du hast es bist du! Ach, Maru! Okay, Maru! Er hat es vorher zehn Schüsse in den Kopf bekommen, du bist aber nicht gestorben. Hilfe! Okay, Baloui, da nichts Böses ist, das war Maru. Wir hätten ein... Also, Baloui hätte mich schon nächst gekippt. Bist du jetzt High-Kicker oder bist du Jackal jetzt? Du hast, äh... Du hast auf mich geballert, was fragst du denn noch mich? Du und Baloui, er könnte mich machen. Bist du jetzt zum Side-Kicker geworden oder bist du... Ja, natürlich ist klar. Ich wurde gerade nach deinem Fight, nach dem und nach unserem Fall wurde ich zum Side-Kicker geballert. Ja. Du hast den Fetter ja hier einen Fight gleich ausgelöst. Boah! Äh, der super funktioniert. Ach, schon wieder leer! Wer bist du? Oh! 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 Also, ihr beide gegen mich, verstehe ich das soweit korrektomundo. Ist Baloui tot. Also stehe ich für Team Innocent ein, oder was? Du stehst... Du brauchst nicht Lagern, Claire. Alter, Tori, warte dir. Boah! Sehr gut! Schöne Mann, Heihocken geballert. Danke! Ich hatte Second Chance. Das hab ich mir schon gedacht. Ich krieg mal dazu, dass er glaubt, er ist selber Jackal. Der Scheiß-Boom-Baddy, Alter, hab ich wieder draufgekrabbelt. Ja. Hat sich selbst gekirrt. Hat sich selbst gekirrt. Hat sich selber angekrabbelt. Wer ist denn das? Buuuuh! Ola Stoge! Ich wurde ermordet. Zurecht. Doktor Freemann. Alles wieder auf Null, ne? New Life-Regel gilt nur, wenn man ein Leben hat. Und ich habe keins. Oh mein Gott. New Life zählt auch nur, wenn wir die Map wechseln. Das haben wir alle. Ja genau, noch merken wir uns alles, was hier passiert ist. Zum Beispiel, dass Dalu neben mir steht. Das ist immer so eine Gefahr an sich. Ich habe Frag-Granate. Könnt ihr mir die beantworten? Hehehehe. Hallo, ey. Könnt ihr wieder hinter mir alles in die Luft? Was machst du da? Die Frags aus Sprengen. Ja nicht. Frag, der nicht gewinnt. Ach so, hast du? Nechte, bist du in meine Frag-Granate? Die war da vorne bei den Pigs? Wie bist du hier denn gestorben? Ja. Äh, die war da vorne und du schluckst hier? Maru, ich wäre ein Klassenscheidiger. Wir brauchen einen Rest. Wir brauchen einen Rest. Wir brauchen einen Rest. Boah, Alter. Boah, alle Hindernisse mal weg, Mann. Nechte, wir nehmen dich mit. Hast du dich erschrocken da, nur weil du Indus sein, weil du Traitor, bis du dich sterben möchtest? Na, du bist Traitor. Hast du dich damit gerechnet, dass jemand auf dich schießen könnte? Du hast dich ja weiter auf dich schießen können. Du hast dich auf mich geschossen. Ja, aber hätte ich auf dich schießen können, wenn ich böse wäre, wäre der Gras gewesen. Ich glaube, du hast einen A3-Pausenschuss daneben geborgen. Ja, Smaggy. Ich habe schon so gehört. Smaggy? Ja, wieder Smaggy. Smaggy böse. Aber Dalu ist leiser, als ob Smaggy jetzt Dalu gemacht hat. Nein, natürlich nicht. Was denkst du? Was hast du denn für eine Frage? Warte, wo ist Smaggy's Leiche? Wo ist Smaggy's Leiche? Ja, ich wollte gerade sagen, bring mal Smaggy's Leiche auf die Bowlingbahn. Wo ist Smaggy's Leiche? Da ist Smaggy's Leiche. Brrrr. Nice. Moment, ich bin Konzil. Und was war die andere Leiche da? Oh, das war die andere, die brauch ich nicht. Oh, das war es! Oh, das war es! Oooh, tschüss! Amokko? Ich bin so doof, die schneller zu werfen. Strike! Goat! Ach komm. Was war das denn jetzt, wieso hast du mit der Kugel aufs Juli gezahlt? Hä, ich hatte gar keine Diegel. Du hattest ne Pistole in der Hand. Nee. Oh, Mel, hab ich auch gerade gesehen. Okay, Claire ist es. Claire lügt. Ja, das glaub ich nämlich auch. Ich lüge nicht. Du bist ein Süder. Aus meinem Mund entspringen nur Wahrheiten. Frech, Juli. Wolltest du melden, du darf jagen? Soll das? Aber sie hat Claire angeschossen. Du hast doch das. Hey. Das ist ja frech. Und du hattest mal ein Bein. Der ist ja mehr angeschossen. Soll ich die melden? Nee, mach mal was. Ja, ich versuch's ja. Ich hasse das immer so hin und her rennen. Dann treffe du mich. Siehst du? Moment, woher? Hä? Was ist das denn? Das ist doch gar nicht der Schwung gewesen. Das waren alternative Wahrheiten. Nee, den Monkey, den hab ich weggeschossen. Smeggy, was hast du da vorgehabt? Na, ich hab nicht gelesen, dass du das bist. Und als ich dann gesehen hab, dass da Dalu steht, wusste ich bin der Marsch. Aber weißt du, dass du mich auf One-Clickst immer, ne? Ich wurde von Maru ermordet, während der Amongi von mir entschärft wurde. Ah, so was. Du läufst an mir vorbei, machst 1-80 und willst mich töten. Was wollte das? Ja, du brauchst drei Millisekunden, um mein Head zu treffen, Bruder. Was soll ich machen? Vielleicht bist du auch noch ein Spitzkopf. Ich schieß auch. Schieß auch. Weiglaufen. Wir nehmen zur Spitzkopf. Ich sag's da. Hi Judy. Tschüss Judy. Hallo. 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 Mir leid, Knechti. Oh, ich stehe hier. Oh. Oh, ich stehe hier. Oh, ich stehe hier. Oh, ich stehe hier. O.Y. war ich bin breit ich mache bei mir gemacht ich war so einfach genau deswegen dieser eskalation ist der traiter fallet explodieren kann auch nicht einfach nichts der trader hat auf irgendein geballert der keinen trader der data hat auf einen trader geballert das heißt der aktuelle der aktuelle date ist kein dater mehr jetzt werde ich getestet ob ich nett bin oder nicht so kein fallschaden mehr vielleicht aber auch nicht so leuchtet das pink was bedeutet das ich habe keine ahnung bringt er mich gleich um siehst du okay geht das überhaupt noch mal ja das geht warum tötet mich katze hinter dir steht jemand übrigens ja durch das last kann man nicht durchschießen auch grün dann würde ich sagen ist der da draußen böse oder was also bringen wir den um oder lassen uns beide zeitgleich umbringen glaube ich okay wer bist du überhaupt war der kurz er ist gegangen so vollrio viel spaß da drin das war geil muss ja gerade ein bisschen die shops durchs wünschen ich hatte echt einiges ea sports ich bin jetzt james bond okay one on one mao du gegen james r bond das sage ich dir nicht dann hast du nämlich den advance dass du vorher wieder weißt wo ich bin und schießt wieder zuerst das wäre kein problem wenn ich keine second chance süß wasser was ganz erklär mal wie erklär mal wenn ich mal ohne schütze ich spawne in die runde bin auf irgendwohin du fängst auf einmal an auf mich zu schießen ja weil du guck mal ich sag dir ehrlich hier das wenn ich dich für mich sah das aus wie die letzten 50 male wurde mich gekillt das aber bruder lass das mal beiseite wir waren beide zombies warum schießt du als zombie auf den zombie wenn ich da gerätzt werde bin ich dankbar wenn du mein mörder da gerätzt wird der mich grundlos ermordert der schieß ich dich als zombie wir waren's brüder nein kein und abel die story geht schon länger nix brüder ja wir hätten es doch danach klären können du warst das test dummy für meine zielsicherheit ey ich sag dir ne als du killer warst und ich das gesehen habe war ich so glücklich ungelogen mindestens 70 mal hast du mich genau so gekillt ich mach nix und dann bamm dass ich als inno auf dich geschossen habe ohne grundlage das wusste ich nicht nein 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 du hast es mal killen ich hab dir vertraut und bamm war ich tot achso ja gut das ist ein fehler den man allgemein nicht machen soll Kler ist Sidekick und Dalu ist äh nein die sind beide da drin wir können einen Traitorraum warte es wird ein Traitor wird für uns aufmachen können einen Traitor für uns aufmachen eben nein nicht die Tür bitte mach mal dazu Kler oh da ist ne Gauss da ist ne Gauss in der Wand ich mach wieder zu ja ich mach wieder zu kann ein Traitor den Traitorraum für uns aufmachen bitte jemand anderes ok pass auf ich hab ne Idee gehört die warten bis wir hier raus kommen ok aber drauf geschissen ihr Loser ey das ist ne fantastisch oh das ist ne gute Idee ist gut nicht schlecht nicht schlecht dann nehmt das ihr Stück äh ich werd Bilder posten ich schaff das nicht in dem Stream und dann alles einzurichten und dann ready zu sein das war sehr episch wow was ein Start in die Runde ne nicht schlecht aus dem Weg wer möchte der neue Sidekick werden da ist der Sidekick gestorben das heißt du bist hast keinen Sidekick ne das war ein Ding ins Messer ein Traitor lebt noch ich war ein Traitor lebt noch ich war ein Traitor lebt noch was habt ihr denn gemacht während ich auskaufe aber Klör mussten Traitor gewesen sein Mel war ein Traitor und ein Traitor lebt noch ja ich hab die ja hat schon selbst auf 1 AP reduziert den 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 was die ganzen Leichen da einer von denen könnte das noch sein ne ist aber nicht ich hab ihr die Credits gecheckt sozusagen also ob er Credits hatte ähm Items hat grad einfach in den Traitor rum gegangen okay Items wir beide Items da sind wirklich viele Kencher rein äh aufwand mich auch noch reinlassen als Team Moment hast du die Leiche draußen hingehängt? ja äh also die Tür ist offen da ich weiß nicht äh sicher? ja okay warte mach nochmal Flashback ihr Loser die Tür ist wieder zu warte ich mach nochmal auf mach nochmal auf so hi wie geht's dir? alles easy okay 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 wie machen wir das? ja das ist eine gute Frage äh ich hab ehrlich gesagt warte mal lass mal schauen ja und Maggie auch ähm wie ist Maggie auch? es ist ein Problem aber wo hatte Klör dann was zu kaufen her? hallo äh Klör war doch Check äh Sidekick die trauen sich hier die ja die trauen sich aber was die Schweine die schweinenden Schweine hallo hallo stark warte ich hab ne Idee ich bin konzipiert ich könnte nur was machen aber vorher muss ich den da machen Moment Achtung kann gefährlich werden das sieht ja ganz schön kranke rechter Maru ah oh nein warte 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 oh fuck ich wollte rechts klicken okay warte es läuft nicht so gut ich hab nen Trailer gekillt ich bin safe ähm ja dann haben wir jetzt ein Problem was wieso ich glaub da kommt er nicht mehr raus ich bin draußen doch doch da sind Teleporter ach so okay oh 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 ich hab das gesehen ich will da jetzt nicht reingehen hehehehe du musst ja auch nicht reingehen hehehehe du musst ja auch nicht reingehen hehehehe ich kann es auch davor stehen bleiben es sieht echt nicht so gut aus für mich mal ich hatte ich hatte noch einen Schopf und da war nur Scheiße drin ja der Schneemal war mein bestes Eindruck ich hab drauf gehalten ich wollte wirklich die ganze Zeit rechts hingehen und bin aber auf beide Maustasten gekommen alles gut und ich fand das steig vorher die gesamte Situation war wie immer das mit dem also das war richtig man ey ich fand's ein bisschen wie viele sind eigentlich davor gestorben ja alle schiffen wir wollen stürmen auf einmal werden die da weg gestorben nein weißt du was das Ding war klar Darius ich hab das ich hab das amused das ihr da drin wart ich hab jeden der da drauf geballert hat mit abgeschossen und dann kam aber da und ich hab mich umgeholzt naja das war ich never the mind hehehehe Boah, du Klör auf einmal ne Traitorwaffe ich dachte du warst auch böse er war nekro ach ja der war ne der war ich hab ihn zum zeitgemannt aber er ne Traitorwaffe gezogen als ich noch am leben war das heißt er muss vorher ja schon böse gewesen sein ich glaub ich war vorher Traitor er war nekro 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 ein nekro, ein jacquard und ein Traitor waren in dieser Kamera drin als die Runde losging das ist eine der schlechtesten Witze so vom Anfang her so ein Traitor ein nekro, ein jacquard und ein Traitor in einem Raum sterben der Dakar hat den nekro zum zeitgemannt und der Traitor ist gestorben ich hab einen, der ist tot ich habe nicht gefühlt ich habe geschossen hast ich habe ein fass abgeschossen hat in dem moment ja die andere richtung und ja aber dann geht das jetzt reicht es dann ist der letzte böse jetzt oder so ein net items und glaube ich habe eine taube ins gesicht bekomme ich stand direkt dahinter ich dann nicht sterben zwar also ich hab drei hp im trader raum gewesen kam die hier geflogen ja da kann jetzt gerade ein flieger ich habe immer wenn man trader sachen auf wird man halt erschossen häufig zumindest war bei louis rennt neben dem exklusiven fach lang fetzt weg ich gehe den nächsten jagen mel läuft dem exklusiv und dann aber warum mel hat mich getötet unfassbar frech wenn melder war die chance sieht ich war eine mail kommt selten allein verschwindet keine lust ich habe keine lust ich habe keine lust hallo der date ist tot ne ist ja nicht aber hier hat gerade jemand ne ja der date ist tot kurz vorher bevor jemand sterbt ist aber auch schon will ich weiß doch gar nicht mehr woher das kam mit der date ist tot das ist das haben wir doch von ich habe auch grundsätzlich den drang smaggy zu teabacken nicht schlecht julie nicht schlecht den hast du weggeholzt was ist das für ein sound eine bananenbombe bananenbombe das hat ja richtig gedonnert du hast doch gerade gesagt ich darf das jetzt da drin machen nein du darfst die tür aufmachen moin okay ich glaube das ist nur fair wenn ich dir dann theoretisch das was ich damit gekauft habe rauswerfe oder oh ja das ist in ordnung okay hier liegt das raus liegt vor der tür dort was geht shoshi was tust du da ich habe balui gekillt ok dieses schwert vor der tür ich habe so ein schwert hier gekauft ich weiß nicht was du in der hand hier ach so ja das ist nicht gut aber ich treffe nicht mach einfach weiter da du das machst du gut ich habe einen trainer gekillt ja äh emojis äh wer kam dir gerade entgegen maru das ist wichtig Hilfe hier sind die spiele nur naja ok maru beantwortet es nicht er ist auch trader er hat sich nämlich du hast gerade hast du nicht mit dem trader einen high five gegeben dann habe ich gefragt wer dir entgegen kam da ist katze also katze war im trader raum katze im trader raum das hat weh gemacht hat wie gemacht hat es in der küche weh du kommst wieder weh du kommst ich muss ich muss das ich muss ausschließen dass du wieder kommst doch noch und schießt dann noch ich habe angst das fand ich jetzt nicht nett die fliegt eine biene oder so das maromar und eben nicht so weit runter geschossen das ist wieder weggerannt hallo ich bin ich hoffe ich lassen sie mich bitte in ruhe jetzt hat versteckt dass ich im trader das ist zwei besser jocke die feld maxi noch vorm treterraum und das maxi inzwischen bei in die bus ich vermute genji hier um kein messer ist ein schwert das richtig er war auch auf der bahn und second chance was denn wobei ich hatte gerade gucken wo wer ist vielen dank für die schönen runden ich sehe es gerade im log sehe ich gerade von wegen der anti-randomart als da standen kein explosionsschaden mehr ist eigentlich wirklich kein fall schaden mehr der anti-randomart ist aber auch vielleicht auch trotzdem falsch es gibt auch die hälfte leute kriegt doppelt gravity und die andere hälfte kriegt hundertprozent also das ist gar nicht erspringen kann aber lustig ich wünsche euch was bios